Ja, hier mit Handylichter. Boah, super! Also, ich sollte Kameramann werden. Zwar Frau, aber ich wollte da sagen, vor allem, weil sie so Mann. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute schneide ich meine Haare alleine. Okay, meine Freundin ist auch hier. Aber ich werde sie mir selber schneiden und wir werden sie tönen. Braun. Bladi weiß davon nichts. Eigentlich weiß keiner was davon, außer jetzt sie. Und, äh, ja, mal gucken, wie die alle so reagieren werden, ne? Ne, Jason? Ich hoffe, mein Karte erkennt mich wieder. Na, ich weiß. Da denkt sich so, was macht die da? Okay, komm! Go! Oh, alle Friseure werden jetzt gucken und mich auslachen und denken, was zum Teufel tut die da? Aber ich mach das immer. Ich geh schon seit... Vier Jahren, glaube ich, geh ich nicht mehr zum Friseur, Freunde. Ich mach das immer selber. Weil meine Friseurin das damals verkackt hat. Und seitdem vertraue ich keinem Friseur mehr. Keinem. Gott, das ist ja mehr als die Hälfte. Ne, das kann ich nicht machen. Dann mach ein bisschen Haare misstiefer. Mach noch ein bisschen. Warte, bis schultern. Ja, so, mach's noch. Ne? Du kannst es ja immer noch kürzer machen. Ne, ich mach's ein bisschen länger, weil dann kannst du auskorrigieren das gerade. Alles gut, konzentrieren wir uns einfach wieder auf meine Haare. Oh, das ist ja so. Au, au, Jason. Okay, kommt zweite Seite. Erstmal komplett ab hier. Oh ja, super. Papa, warum hast du das nicht eben schon gemacht? Ich weiß nicht, ich wollte dich ein bisschen quälen. Es sieht wirklich gut aus. sehen. Das Problem ist, ich habe die halt noch nie so kurz geschnitten und ich die damals halt noch alleine sehen konnte, weißt? Dann habe ich die so vorne gehalten und konnte es sehen und jetzt muss ich das so im Stil machen, das ist voll schwer. Komm bitte aus meiner Hand raus. Aber ich muss... Guck mal, wie schief die hinten sind und guck mal, ob das einigermaßen gerade ist. Nicht? Nein. Gar nicht? Ja, schon so. Elina hat jetzt auskorrigiert, einigermaßen. Nach der Dusche dann nochmal. Ich habe mir braune Töne gekauft, Schaumtöne. Ja, von Haarexperten entwickelt, also kann das ja so gut werden, oder? Nein, wir machen die mittlere Stufe, 15 Minuten einwirken lassen und dann erhält einen mittleren Farbeffekt. Wie lange hält das nochmal? Bis zu 24 habe ich schon. Ja. Also komplett waschen? Mit Seife? Elina. Oh, voll ins Ohr. Voll ins Ohr. Voll ins Ohr. Ihhh. Komm, mach, wir fertig. Voll schön, ey, so eine Frisode. Sie ist auch nice, oder? Super. Du kannst zur Arbeit gehen. Ich glaube auch. Alles einfach nach da. Alles mit schön viel Gel. Mit schön viel Gel. Ja! Das ist es. Machen wir das mal. Oh mein Gott! Du wolltest kurz sagen? Schön. Sind wir bereit? Ja. Mach die Scheiße drauf. Oh mein Gott. Warum bin ich so klein? Hast du so ein Treppchen für mich? Oh ja, ich habe so ein Haar. Ich bin zu klein. Schnell. Aber der Opfer ist zu groß glaube ich. Nein! Gibt es nicht. Zu groß gibt es nicht. Es gibt nur zu klein. Siehst du? Bitte schön. Damit das jetzt aushält. Oh mein Gott. Kannst du mich verarschen? Ich liebe dich. Okay, let's go. Dann machen wir das mal. Okay, bist du bereit? Nein! Oh, das sieht aus wie Kakao. Aber wirklich. Oh, das riecht wohl gut. Ja, ne? Ja, ne? Also, die Saga. Wow. Das riecht lecker. Wie Parfum. Nice. Mal ordinanceern. Das riecht jetzt. was jag Kal tremendously ist? bill Hindern. Nee. Welch Taxi. Lass uns geht's. Jumping nach snacks. Bis dahin. Och, überrascht dich rein. Ah, überrascht dich rein. Entschuld hold ich. Ich weiß sein. Entschuldigung, ich kann es wie Schweizer schla,... Ja, nimm. Scheiß drauf. Ich hab 500 und verliere 500. Und dann kaufe ich einfach mal euer 500. Weißt du? Stehst du? Yes. Wow. Nice, sexy. Okay. Also, wir haben die Haare jetzt ausgewaschen. Und irgendwie sieht man nicht wirklich einen Unterschied, oder? Ah ja, übrigens hatten wir einen Zwischenfall mit meiner Kontaktlinsen. Sie war einfach weg. Einfach im Auge irgendwo weg. Jetzt muss ich die Brille anziehen. Aber ein bisschen. Minimal. Nein, das ist halt so nach Nass sind. Ich glaube nicht. Oh, scheiße. Aber sie sind ab. Ah ja, willst du nochmal korrigieren? Ja. Geht dort. Warte, ich guck mal. Aber eigentlich verliert. Ja, so wie ich sehe. Ja, dann passt schon. Vladi. Wieso ist dieses Haar ab? Ah, okay. Sonst kann Vladi das ja auch nochmal nachkorrigieren. Ich bin so. Ja, okay. Dann sehen wir uns vielleicht am Samstag nochmal wieder. Dann film ich nicht mehr die komplette Prozedur. Da wird einfach nur noch das Ergebnis gezeigt. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Komm Jason, wir sagen tschüss. Guck in die Kamera. Guck in die Kamera. Du sollst in die Kamera gucken. Komm, du kriegst ein Leckerli dafür. Der riecht voll gut. Riech mal an dem. Oh ja. Wir haben einen echt gut riechenden Kater. Klop. between die Kamera.